Einmal liegt das an der Lostrommel. Auch das Nintendo-Gerät. Hier von Bosch, alles vom Feinsten. Von LG, ein Handy. Und das sind schnelle Runden nach wie vor. Wen hab ich da? Und es geht los. Ich fühl mich wieder wie ein kleines Hamsterchen. Die 911 für dich, Marianne. Und das ist... Ich muss mal schnell schauen. Du hast gewonnen. Ein... Oh, du hast gewonnen! Vom GIDA-Set A160, das einfache... Wolf wäre auch noch gegangen. Der ist jetzt auch weg. Hui. Ja, mach mal. Aber ich glaub, jetzt geht's wirklich nichts mehr, Jasper. 30 Sekunden Bedenkzeit ab jetzt. Du hast noch eins? Ja. Ohne Witz? Ohne Witz? Ich hab wirklich keins mehr. Kennt man das? Oh Gott, wir probieren's. Meine Damen und Herren, hier ist die große 9-Live-Gewinner-Gala. Es kommt eine weitere Leitung dazu, die Leitung 20. Wir haben jetzt... Wie viele Leitungen? Sechs dürften es sein. Fünf. Eine einzige im richtigen Moment. Sie sind dabei. Eben bei vier Leitungen ging es schon so schnell. Marianne war nach ein paar Sekunden da. Jede Runde bislang unter einer Minute. Jetzt haben wir noch eine Leitung dazu. Könnte noch schneller gehen. Aber ich brauche eine Lösung. Ich brauche wirklich eine richtige Antwort. Und ich weiß nicht, ob wir haben's noch nie gespielt, Jasper, in der sechsten Runde. Bereits die vierte Runde... Ja, aber die vierte Runde ist schon die schwierige. Die fünfte war schon ein Wagnis. Also jetzt hier noch eine Runde zu spielen, das haben wir wirklich noch nie gemacht. Aber es geht heute bei der 9-Live-Gewinner-Gala vom ersten Moment an um ein Auto. Davon haben wir zwei. Um die 10.000 Euro. Um die ganzen Top-Gewinne. Wir haben nur Qualitätswaren. Nur vom Feinsten. Seien Sie dabei. Seien Sie so schnell wie die anderen. Und alle, die jetzt nicht mehr mitspielen können, ich habe auch kein Tier, das ist nicht schlimm. Lassen Sie die gewinnen, die jetzt das Glück haben, noch ein Tier gefunden zu haben. Wer jetzt noch eine Lösung hat, darf sich diese Runde nicht entgehen lassen, denn sie haben den Gewinn so gut wie in der Tasche. Praktisch sehen Sie sich schon in Ihrem Cabriolet durch die Stadt flitzen. Toi, 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 in 5, 4, 3, schnell, weil wir tolle funktionierende 5 Glücksleitungen haben, aber ich brauche richtige Antworten. Das ist das Problem. Überzeugen Sie sich, dass Ihr Tier da wirklich reinpasst, dass alle 20 Buchstaben beachtet worden sind. Hat irgendjemand nach Löwe, Löwe ist ja falsch, oder kannst deine 10.000 Piepen ausgeben, aber auch alle anderen Preise sind wirklich mit Nummer 600. 6,84. Jetzt schauen wir zusammen. Ich glaube, das ist das Kofferset. Ich schaue mal. 6,84 ist tatsächlich dieses mehrteilige Kofferset. Ein großer Reisekoffer. Kommen Sie mal mit. 400 Euro, die nimmt Ihnen keiner mehr weg und es könnte noch weit, weit aus mehr werden. Sie wissen, es geht heute. Das Auto ist noch da, das zweite Auto ist auch noch da. Warum holen Sie sich eigentlich nicht Ihre Autos, meine Damen und Herren? Weil Ihnen das Spiel zu schwer war? Hier. Das könnte Ihr Auto sein. Du Jasper, es gibt kein Wort. Ich sag's dir. Das ist wirklich Käse. Du brauchst dieses Spiel, du rotst nicht noch mal starten. Es gibt kein Wort mehr. Es ist, da ist das Ticken. Es geht doch viel zu schnell. Du kannst jetzt... Warum ist das Ticken jetzt schon da? Immer wenn das Ticken kam, war der Gewinn an den nächsten Sekunden da. Wer holt sich jetzt das Auto? Jetzt. Keiner, weil es zu schwer ist. Ich schwöre, es hat kein Mensch. Verstehen Sie, dass das kein Jackpot-Gewinn ist, sondern ein sicherer Gewinn? Der Nächste, der jetzt bei mir ist, hat alles. 2.000 Euro ratzfatz auf dem Konto. Drei Kugeln. Wissen Sie, was das bedeutet? Sie können dieses Auto gewinnen. Sie können das andere Cabriolet dazubekommen. Und Sie kriegen noch einen Koffer voller Geld. Oh Gott. Jetzt. Der Countdown läuft. Das tut mir leid. Siehst du, und es hat wirklich keiner. Meines Erachtens. Wenn ja, dann haben Sie noch nicht das Glück gehabt, hier zu mir zu kommen. Aber wir haben 15 Leitungen. Das dürfte ganz schnell gehen. Jetzt. So, und jetzt will ich nur noch einen Gewinner. Ich will jetzt nur noch einen Gewinner. Haben Sie es? Siehst du, das hat keiner. Chesspice ist zu schwer. Wer soll auch ein Wort haben? Mit B am Anfang, mit T zum Schluss. Hat man zwei Anfangsbuchstaben, ist man im Flow. B aber. Baum, Bart, Bahn. Aber B, T. Was kann man dazwischen setzen? Achtung. Meine Damen und Herren, gewinnen Sie jetzt. Nur für Sie. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Na, Sie haben kein Wort, ne? Das hätten Sie doch schon angerufen, oder? Sonst gibt es doch überhaupt keinen Grund, hier nicht mitzuspielen. Bin ich der Meinung. Cut. Wer sein eigenes Limit noch nicht überschritten hat. Jetzt. Es ist schwer, da mache ich kein Geheimnis draus. Es wäre vermessen zu sagen, rufen Sie mal schnell an, ist einfach. Ist es nicht. Achtung. Ich habe immer. Ich habe immer.